Care hat zum einen dafür gesorgt, dass in vielen der Camps Wasser zur Verfügung steht und dass Latrinen gebaut wurden. Wir haben mit den Menschen zusammen daran gearbeitet, dass sie ihre Hygiene verbessern. Wir haben zusammen in Trainings und in Workshops den Menschen gezeigt, wie sie das einfach machen können, wie sie ihre Nahrungsmittel zubereiten, ohne die Gefahr zu haben, Seuchen zu bekommen. Und wir haben ihnen auch gezeigt, wie man sich mit Seife und mit anderen einfachen Dingen davor schützt, krank zu werden in diesen wirklich schwierigen hygienischen Bedingungen. Das Zweite, woran wir unter Hochdruck arbeiten, ist der Wiederaufbau von Unterkünften. Wir haben seit Juni knapp 1000 sogenannte Temporary Shelters, also Notunterkünfte, gebaut. Die halten für ein paar Jahre, sind also eine Übergangslösung, aber sie bieten den Familien wirklich die Möglichkeit, ein trockenes Dach zu haben. Ich habe einige dieser Familien besucht und es ist wirklich beeindruckend zu sehen, wie sie sich da in diesen Häusern zurechtfinden. Das sind relativ einfache Konstruktionen, die innerhalb von zwei Tagen aufgebaut werden können, aber sie sind erdbebensicher und sie sind weitestgehend auch wirbelsturmsicher, bieten für die nächsten Monate oder vielleicht auch für die nächsten zwei, drei Jahre ein sicheres Dach über dem Kopf. Langfristig wird Care natürlich in Haiti bleiben. Wir wollen nicht in ein paar Monaten wieder abziehen, wenn hier die größte Hilfe getan ist, sondern wir sind da, um langfristig zu helfen. Das heißt, wir konzentrieren uns in Zukunft darauf, in Bildung zu investieren. Wir werden Schulen renovieren, wir werden Lehrern dabei helfen, die Schulen wieder funktionsfähig zu machen. Wir arbeiten im Gesundheitsbereich zusammen mit lokalen Behörden, mit Krankenhäusern und mit Gemeinden. Und wir arbeiten daran, sogenannte Cash-for-Work-Programme zu implementieren. Das heißt, Menschen Geld dafür zu geben, dass sie bestimmte Arbeiten verrichten, zum Beispiel Schutt wegräumen auf Straßen oder landwirtschaftliche Arbeiten, die der ganzen Bevölkerung zugutekommen und die ihnen die Möglichkeit geben, Geld zu verdienen. Denn das, was am wichtigsten gebraucht wird hier in Haiti, das ist eine Perspektive. Das ist die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und das ist die Chance, den Menschen Dinge an die Hand zu geben, mit denen sie ihre eigene Zukunft gestalten können. Denn das ist eine Sache, die wir nicht vergessen dürfen. Haiti wird nicht von Ausländern wieder aufgebaut. Es sind die Haitianer, es sind die Menschen, die hier so gelitten haben, die als erstes mit anpacken und die auch weiter hier wirklich Tag und Nacht daran arbeiten, ihr eigenes Land wieder aufzubauen. Und dabei kann Care sie unterstützen. Und das werden wir auch in Zukunft tun.